Dieses ländliche Anwesen mit Stall und Gewerbefläche in absolut ruhiger Alleinlage bietet Ihnen jede Menge Möglichkeiten zur freien Entfaltung. Für Wohnzwecke stehen Ihnen gleich zwei gepflegte Wohnungen bereit, die mit einer überdurchschnittlichen Ausstattung aufwarten. Das Gebäude wurde laufend modernisiert und auch größere Investitionen wie die Fenster, die Bäder und das Dach sind in den vergangenen Jahren bereits getätigt worden. Absolut traumhaft ist das über 15.000 Quadratmeter große Areal. Genießen Sie im Spätsommer die letzten warmen Sonnenstrahlen auf Ihrer Ostterrasse und erfreuen Sie sich am Naturteich und dem Bachlauf, der Ihr Grundstück begrenzt. Der ehemalige landwirtschaftliche und der gewerbliche Teil geben Ihren Ideen viel Raum und müssen ebenso wie die gesamte Immobilie bei einer persönlichen Besichtigung erlebt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017